Aber was ist zu erwarten von einer Kanzlerin, die sagte, natürlich mache ich oft nicht das, was das Volk will. Ich weiß ja besser, was mit Deutschland gut ist. Arach, warum haben wir den Euro? Ja klar, er braucht uns in dieser Inflation nur gute Wissen. Warum haben wir eine Rundfunkzwangsgebühr? Warum beteiligt sich Deutschland an Sanktionen gegen Russland? Weil das das beste für Deutschland ist? Eine Schande ist das. Sein Volk so in Armung, Verzweiflung und den Tod zu jagen. Also wenn das das beste ist, Freunde, dann möchte ich nicht das Schlechtnis erleben. Und ganz ehrlich, wenn man sich dennoch das Wort sozial betrachtet, welches ja viele unserer Parteien in den Namen tragen, dann hatte der gute alte Schiller doch recht, Namen sind Charlotte Rauch. Jeder von euch weiß, warum er heute nicht wichtig ist, als Teil des Volkes. Und ist es nicht das eigene Volk, das höchste Gut? Lasst uns nicht länger nur klagen und zweifeln, lasst uns fasseln, denn wir sind das Volk. Das Volk ist das Volk ist das Volk ist das Volk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Можно возвысить себя выше Азиманда, царя царей Можно учиться смирению устертых ногами придорожных камней Но куда бы ты ни шел до самого конца своих дней Обещай, что будешь помнить одно Господу видней Можно раздать себя безрадостным и жадным рукам Можно ходить по Албански, по стенам, фонарям, потолкам Можно гордиться тем, что познал до конца пустоту Гарантировать перерождение серебряной ложкой во рту Пусть ангелы несут тебя, дорогой небесных огней Но не забывай, Господу видней Может быть, будет тепло, как ты хочешь Может быть, с каждым днем будет делаться все холодней Не верь ни единого, сказанного мной слову Но прислушився к мерцающей звезде Господу видней Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok